So, da ist er wieder, unser Leon und unsere tollpatschige, keuchende Ashley und wir suchen eigentlich, eigentlich suchen wir immer noch blaue Medaillons. Wir haben ja hier in der letzten Folge mit mehr als Krach den Kopf bekommen. Mensch, Ashley, nu, hör doch mal auf zu rauchen, das ist ja furchtbar. Und hier müssten eigentlich noch irgendwo eine Ratte rumtouren und Medaillons. Also, eine Ratte und zwei Medaillons suche ich nur. Aber, vielleicht ist das auch das Echolot von Ashley, vielleicht keucht die, um zu hören, wo es denn lang geht. Ne, keine Ahnung, wo soll denn das sein, wo soll denn hier noch Ratten sein? Ich wüsste es auch nicht. Ja gut, hier könnten wir jetzt das... Waffenkammer. Warte, was stand da? Bibliothek oder Große Halle? Ach komm, wir... Soll ich da jetzt dran rumfummeln? Oder aber wir versuchen es nochmal hier beim... Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier rein... Halt die Gusche! Was passiert, wenn ich hier reingehe? Ich guck mal kurz, naja. Gar nichts, weil ich da... Doch, jetzt geht's. Wo fährt das Ding hin? Hätte ich bloß nicht... Hätte ich's bloß gelassen. Willkommen, Fremder. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Was für ein Schießstand? Es gibt nur einen... Ich weiß, äh... Mit drei Silbernen und goldenen Jetons können sie am Jetonautomaten einen zufälligen Talisman ziehen. Das ist... Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Aha. Aha. Äh, Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten, erreiche den Highscore. Unbegrenzt verfügbar. Aha. Noch dazu kostenlos. Basiert auf dem Ergebnisverdienst zu Jetons. Aha, okay. Das ist so ein Minispiel. Okay, da werden Punkte abgezogen. Ich darf nicht den Matrosen... Ihr nehmt die Stange natürlich mit, in ihrer Meneer schießt. Aha, aha, aha. Okay. Okay, Tipps und Tricks für manche Ziele. Ach, Klappe halten. Wenn du dich einigermaßen anstellst, lass mich mal springen. Na, wir können es ja mal probieren. Wir gehen mal hier hin. So, wo sind denn hier... Was ist das da? Achso, das ist die Klingelung-Glocke. Haben wir hier irgendwas zum Plündern? Nein. Ähm. Manche der Scheiben sind, ähm, nicht aus Pappe, wenn du so willst. Aha. Du hast es mit einem Schuss allein nicht getan. So, damit soll ich schießen. Belohnung mindestens 3.000, mindestens 5.000. Ähm. Ach komm, versuch das einfach mal. Drei. Zwei. Eins. Leg los. Highscore, wir kommen. Äh, wo denn? Ne, weg. Weg. Ha, ha. So, ist ja total einfach. Wo, wo ist der Nächste? Lächerlich. Nicht den, nicht den, nicht den, nicht den Matrosen. Na, nach. Was ist jetzt passiert? 6.000. Ah, dafür kriege ich zwei silberne, so, juhu. Toll, tolle Echeläne, ne? Sollen wir nochmal? Komm, dann machen wir nochmal. Nehme eine Scheibe. Drei. Zwei. Eins. Leg los. Zwei auf einmal? Wow. Da ist noch einer. Ich bin ein Künstler. Jawohl. In die Weichteile. Jawohl. Ich lad ja nach. So. Ja, das sind alles Matrosen. Da ist einer. Haha. Noch einer? Ne, das ist der falsche. So. Wo denn? Wo ist er? So, kriege ich da noch ein Jeton? Ah, das ist ja schön. Okay, jetzt habe ich zwei silberne Jetons. Was macht sie denn da? Abhängen, alles klar. Gut, äh, ist ja sehr amüsant. Äh, was, jetzt können wir da mal Jetons reinwerfen. Eins, zwei, drei. Und dafür kriege ich ein Kaugummi, oder was? Ne, was ist das? Talismane können an jeder beliebigen Schreibmaschine über Koffer anpassen, gewechselt werden. Aha. 20 häufiger Herstellbonus MP. Toll, MP Munition. Super. Bin begeistert. Okay, das war total... Echt voll der Profi, hä? Ja, halt die Kuschen. So, komm, wir fahren. Gut, also wir haben hier so einen kleinen Schießstand. Das war aber wieder der Quest, noch war das irgendwas anderes. Zieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auto. Zieh mich um. Kann man den verkaufen? Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Schmetterlings. Warte mal, die können wir doch tatsächlich... Warte mal. Die können wir jetzt erstmal... Die können wir jetzt erstmal schick machen. Warte mal, wo ist die denn? Da. Äh, hier, mach das doch mal. Hier, mach das doch mal. Mach das doch mal. Warum geht das nicht? Die hat doch da drei Edelsteine einsetzen. So. Ähm. Wo sind denn da Edelsteine? So, den kann man da nicht einsetzen, ne? Ne, der ist zu. Gut, dann eben nicht. Wie du meinst, willkommen. Die verkaufen wir trotzdem. Ähm. Einen roten Barrel können wir auch verkaufen. Im Grab. Besten Dank. Bitte sehr. So. Und diesen komischen Talisman, den können wir nicht verscherbeln, oder? Nein. Ich schon wieder... Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Tunen kaufen. Reparieren. Nenn mich ruhig pingelig. Aber für diese Arbeit ist das eben voraussetzung. Reparieren. So. Geh sorgfältig damit um, okay? Können wir hier noch was tunen? Wir könnten die Angriffskraft von dem Ding nochmal... Ne, können wir nicht. Äh. Angriffskraft von dem Bolzenwerfer, den ich nie benutze, aber wir können ihn ja mal... Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Witzig. So, das ist der Punisher. Den können wir tatsächlich nochmal um eins erhöhen. Ist das gut? Ja, komm. Hier, wie du es haben wolltest. So. Na dann, komm jederzeit wieder. Wie viele habe ich denn da überhaupt noch? Äh, 60 Schuss. Das sieht ganz gut aus. Da oben haben wir auch was drinne. Ähm, die laden wir mal kurz nach. Komm, dann setzen wir jetzt mal diese... Dann setzen wir jetzt mal den Kopf ein, da. So. Hm, speichern. Ich hätte aber schon noch gern die Ratten gefunden. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Aber irgendwo noch... Irgendwo noch eine Ratte? Ich meine, das... Was war das hier? Achso, hier waren die... Hier waren die Ritter. Aber hier irgendwo eine Ratte? Ich meine, hier trappelt es zwar überall, aber hier sind wir keine Ratten. So, komm Ashley. Wir gehen nochmal eine Runde hier durch. Vielleicht finden wir noch eine Ratte. Ratte, Ratte, Ratte. Ach, komm jetzt rauf mit dem Kopf hier. Ich hab die Faxen dicker. Ja. Ah, ja. Nein, 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 nein. Leon, hinter dir. Ja, ich weiß. Es sind ganz wenige. Lauf, Ashley. Schley. Cool, ich muss gar nichts machen. Mach der ganz alleine. Der Leon ist so ein... So ein Tier. Sie ist auch ein Tier, aber ich sag nicht was für eins. Guck mal, die klopfen auch nur dreimal an die Tür. Und dann hören sie auf. Jetzt sag mir nicht, dass ich sie jetzt spielen muss. Dann kriegt ein Rappel. Nein! Nein, die hat doch keine Waffen. Die hat doch nichts. Och, Mann. Och, jetzt. Das ist Gloria Esteban hier. Ja. Wo soll ich denn jetzt... Weg auslusten? Super. Ich freue mich ein Kula-Keks. Und was macht sie eigentlich mit der eine Hand? Duck dich, Mädel. Du sollst nicht ducken. Wie duckt man sich? So. Super. Da ist ein Büffel. Und ein... Wildschwein. Ein Reh. Das wird wieder so ein Hide-and-Seek-Spielchen. Ich freue mich. Ein Kula-Keks. Trau dem Ritter nicht. Ja, Leon hätte die Vase zerdeppert und die Munition da drin genommen. Aber Uschi... Ist das eine Uhr? Also tickt jedenfalls. Wenn nicht, ist es eine Bombe. Äh, die ruhenden Ahnen antworten von bestimmter Zeit suchst du den... Moment mal. Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit suchst du den Segen des Herrn. So habe den Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Aha. Aha. Du bleibst da locker. Ja, mein Freund. Kann man die Fackel da mitnehmen? Sie ist auch die allerschnellste. Merkt man sofort. Äh. Bewegen bestätigt. Sie geht nicht. Ja, du sollst auch die Uhr einstellen. Was musst du denn hier einstellen? Warte mal. Ist hier irgendwo eine Uhrzeit? Sehen wir hier irgendwo eine Uhrzeit? Eine Uhrzeit. Eine Uhrzeit. Was stand da? Irgendwas mit die Ahnen quatschen zur bestimmten Zeit, ne? Oh Gott, die keucht auch alleine. Ich dachte erst... Ich hatte gehofft, das Licht an Leon. Ähm. Warte mal. Vielleicht sehen wir ja hier irgendwas. Ich habe den Verdacht, nein. Aha, man speichert. Was ist das hier? Der Kelch mit dem Elch hat den Wein gut und rein. Der Pokal mit dem Portal. Nehmen wir die Gesäß aus dem Gesicht, Mädel, Mensch. Huibu. Er ist nicht so ganz sicher, wo man damit denn jetzt hin soll. Oder will. Da hinten steht irgendwas. Aber ich hoffe, es ist einfach nur wieder ein... Geh weg. Wenn ich bloß wüsste, was... Was hier jetzt vorhat. Aha. Sehr schön. Ich bin hin und weg. Ah, was haben wir da? Das ist gut. Ah, ein Kurbel. Wenigstens kann sie eine Sache. Eine Geheimtreppe? Führt vielleicht zu einem geheimen Zimmer oder so. Du bist so eine clevere Maus. Man möchte nicht spontan... Jetzt ist die Frage, wo ist die Treppe? Was ist das denn hier? Warte mal, wo ist denn... Wo war denn jetzt diese... Oh, warte mal. Was war denn da? Wie kommen wir jetzt zu dieser Treppe, ist die Frage. Da ist die Treppe. Da kommen wir da nicht lang. Vielleicht den ganzen Weg zurück. Versuch's mal. Den ganzen Weg zurück. Den ganzen Weg zurück. Den ganzen Weg zurück. Nee. Nee. Da ist die blöde Tickeuhr. Warte mal. Nee. Ähm. Hat der irgendwas hier? Irgendeine Zahl? Oder... Okay, da war... Da hat sich ja eben was aufgetan. Da hat sich ja eben was aufgetan. So, hier geht's ja nicht durch, weil da brauchen wir einen Schlüssel. Und hier... Hat sich ohne Stoffe getan. Also hier ist ja höchstens dieses... Oh, du bist entschlinzt. Gut. Ja, die würde auch Leon einfach kaputt kloppen. Ach, guck mal. Schlüsselbund mit vielen Schlüsseln drinnen. Schlüssel. Was ist das für ein Geräusch? Ich möchte dieses Geräusch... Nicht haben. Weg ausleuchten. Wofür denn? Hat's dann Angst? Waren die nicht so... Waren die nicht irgendwie kaputt machbar durch... Bin mir nicht sicher. Stürb! Und jetzt? Kusch? Wer hat sie an... Nein, nein! Ja! Ich hab dich angeleuchtet. Ich leuchte dich an. Ich leuchte dich. Ich klemme. Uschi. Huh! Nein! Nein, nein! Nein, nein! Ich leuchte doch! Ihr dürft mich gar nicht. Ich bin geleuchtet. So, lass das doch! So, wartet. Ich hab's gleich. Welcher ist das? Der schönste. Warte mal. Ähm, da sind Federn drauf. Ich hab da alle Zeit... Das ist überhaupt kein Thema. Ich würde sagen... Der hier. Geh mal rein hier, ja? Ich geh mal hier rein. Ihr bleibt bitte da, wo ihr seid. Tja. Ich würde sagen... Außer Tricks. Naja, der Fahrstuhl hat angehalten. Würde ich spontan sagen. Neta, ich bin gar nicht so doof, wie ich blond bin. Und jetzt klettert sie da rauf und dann fährt der Fahrstuhl weiter und dann haben wir zwei halbe Frauen. So. Das war ja total einfach. Nein! Warte mal, was hat sie denn da geguckt? Warte mal, da ist erstens irgendwas. Irgendwas ist da. Notiz eines Billwittels. Die Insigne. Um einen gottverfluchten Ort zu entkommen, brauche ich die Insigne der Familie Salazar. Doch um sie zu holen, muss ich ins unterirdische Mausoleum. Und da möchte ich nicht hin. Wo die scheußeligen Rüstungen warten, da möchte ich nicht hin. Ich möchte da nicht hin. Ja, da muss die Insigne rein. Wofür ist diese Vertiefung? Naja, für die Insigne. Du Uschi. Da ist schon wieder so eine Uhr. Was stellen wir denn da ein? Erstmal stellen wir hier was ein. Ich möchte Ashley nicht spielen. Ashley ist doof. Ashley kann doch nicht mal eine Schrotflinte halten. Ich hasse Ashley. Ashley hat gar nichts. Was stelle ich da ein? Was stelle ich hier? Hier unten ist ja gar nichts. Oder? Da ist hier. Sieht wer was? Vermutlich seht ihr was. Aber ich sehe nichts. Ach, guck mal hier. Ja, und da könnte Ashley auch was reinstopfen, wenn Leon da wäre. Weil Leon hat diesen Würfel. Weil Leon muss ja unbedingt da unten rumtouren. Was ist das? 11 Uhr 4. Ah, okay. 11 Uhr 4. Ja, 11 Uhr 4. Ich weiß. Sag bloß. Ja, ich hab's verstanden, Ashley. Sind nicht alle so blunt wie du? Äh. Ein Adler. Und? Super. Ashley hat. Hat was gefunden. So, 11 Uhr 4. Äh. Warte mal, warte mal. Äh. 11 Uhr 4. So. Rödel, rödel, rödel. So. 12 Uhr. 11 Uhr. Und ist da. Klick. Toll. Toll. Irgendwo hab ich doch noch so eine Uhr gesehen. Ja, ich weiß. Aber da möchte ich nicht hin zurück, weil da sind die Doofen. Näää. Näää, bitte. Die doofe Uschi hat doch nix. Ja, ha, ha. Geh einfach sterben. Nein. Guck mal, hier. So. Nein, ich hab keine Panik. So. Wir gehen rückwärts. Jetzt kommt der. Könntest du bitte wieder zugehen? Geht da. Ha, ha, ha. Ha, ha. Gottes Willen. Wo muss ich denn hin? Da. Können die hier unten drunter durch? Nein, können sie nicht, ne? Ich hasse sie. Ich hasse sie. Was ist das da? Das sind Wellen. Das sind Fische. Und Wellen und Fische passt ja wohl. Was ist es denn? Ein was? Nein. Super. Wo muss ich denn hin? Ach, ich weiß wohl, ich hin muss. Wo sind die? Lauf. Nicht umsehen. Nicht umsehen. Ich sehe mich ja gar nicht um. Nein. Kommt die hier durch? Bitte nicht. Nein. 11 Uhr 4. Warte mal. 11 Uhr 4. 11 Uhr 4. Nein. 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 Kusch. Ich sagte, kusch. Ist das Ding jetzt auf hinter mir? Können wir jetzt bitte die Tür wieder zumachen? Ah. Ich mach die Tür zu. Ich kann leider nicht rückwärts gucken. Das ist mein Problem. Wie unangenehm. Können wir die jetzt bitte mal... Wo soll ich denn hin? Boah. Alles gut. Ich hab alles unter Kontrolle. Ist die Tür... Bing. Ja. Nein. Nein. Ich hasse euch. Ich will nie mehr eine Rüstung sehen. Huiuiui. So. Wir speichern. Speichern ist schon mal gut. Locker bleiben. Hat sie gerade gesagt, sie will nie wieder eine Rüstung sehen? Super, Ashley. Du musst es ja unbedingt... Was hab ich gerade gesagt? Ja. Kann man jetzt hier irgendwo... Was ist das? Eine Bimmel... Bimmelbömmelei. Was macht man damit? Hätte ich bloß nichts angefasst. Ich will nicht mehr. Hätte ich bloß nichts angefasst. Nein. Das ist ja... Das ist ja zu. Okay. Bleib mich in Ruhe. Lauf. Da. Was muss ich denn machen hier? Warte mal. Da. Da. Ich hab's gesehen. Lass mich in Ruhe da drauf gucken. Äh... Adler. Adler. Pferd. Adler, Pferd. Adler, Pferd. Ritter oder Fisch? Äh... Adler, Pferd, Ritter oder Fisch? Adler, Pferd, Ritter oder Fisch? Ja, hier geht's nicht raus. Okay. Adler, Pferd, Ritter oder Fisch? Adler, Pferd, Fisch Adler, Pferd, Fisch Was ist das da hinten? Ich weiß es nicht So, das ist der Das ist überhaupt gar kein Pferd Das ist auch kein Adler Das ist überhaupt irgendwas ganz anderes Ich sehe leider nicht, ob ich da Das ist der Fisch Okay, der Fisch ist hier hinten Das ist der Adler Warte mal, erstmal der Adler 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 Mutti Mutti Ist es das hier? Nein, das ist das Pferd Und der Fisch war irgendwie auf der anderen Seite Macht jetzt, zieh da dran Und wo war der Fisch? Das ist der Fisch Warte mal Das ist der Fisch Ist das Ding jetzt offen? Bin mir nicht sicher Nein, das ist natürlich nicht offen Warum ist es nicht offen? Ich hab doch alles gemacht Daneben Ich hab doch alles Es ist doch alles gedrückt Achso, warte mal Vielleicht muss ich es noch öffnen Blau hoch Es ist, es leuchtet ja alles Es leuchtet ja alles So ist ja nicht Mach jetzt die Scheiß-Tür auf Ist doch offen Ist doch Ist doch offen Was muss ich denn jetzt machen? Wenn ich wüsste, was ich jetzt machen muss Es leuchtet doch alles Lass mich da durch Oder ich lass mich zerhacken Was war denn da der Trick? Frechheit Bis zum nächsten Mal Ich hab mir so fleck